Herzlich willkommen in unserer Musikschule mit Ihrer außergewöhnlich schönen Architektur und werfen Sie einen einmaligen Blick hinter unsere Kulissen. Tauchen Sie ein in die Welt der Klänge, Rhythmen und kreativen Entfaltung. Wir freuen uns, Ihnen unsere lebendige Musikgemeinschaft zeigen zu dürfen. Mir macht besonders Spaß, dass wir zusammen Stücke spielen können und nicht alleine. Von der Blockflöte bis zur Harfe, vom Kinderchor bis zum Blechbläserensemble. Hier kann jeder seine musikalischen Talente entdecken und entfalten. Wir haben gerade im Streicherbereich auch viele Möglichkeiten des Zusammenspiels, der Orchester. Eine Kammermusikfreizeit gibt es. Wir sind sehr aktiv. Es gibt verschiedene Orchester, Streichorchestern für Anfänger, Streichorchester für Mittelstufe, Sinfonieorchester, Celloorchester. Ja. Also am meisten Spaß würde ich schon sagen, dass mir so Kammermusik oder auch Orchesterspiel macht. Hier können Sie mit Gleichgesinnten musizieren, Freundschaften schließen und gemeinsam Spaß haben. Ich bin froh, wenn die Jugendlichen eigene Vorschläge mit einbringen. Manchmal auch Sachen, die ich gar nicht kenne. Die Musikschule Ostfildern ist ein wichtiger Teil des kulturellen Lebens in unserer Stadt. Ich war schon immer beeindruckt von den Klingen der Kontrabässe. Ich mag viele Rhythmen von Stücken, ob sie schnell oder langsam sind. Bei mir ist eigentlich alles dabei. Ich mag alles sehr gerne. Wir haben sehr viele schöne, interessante Veranstaltungen, die wir auch den Schülern die Gelegenheit anbieten können, mitzumachen. Ob Kinderkonzerte wie Karneval der Tiere, Bernhard-Kohl-Wettbewerb oder Jazz-Brunch, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Dass man zusammen musizieren kann mit Trompeten, Hörnern und Posaunen. Ja, das macht mir ziemlich doll Spaß. Erleben Sie mit uns die Freude an der Musik und entdecken Sie, wie wir gemeinsam die Leidenschaft, Talent, Fleiß und Lust an der Musik fördern. Willkommen in der Musikschule Ostfildern.